Herzlich Willkommen zu einer kleinen Minispiel-Minecraft-Runde PirateCraft Ja, das ist ein bisschen das in GTA Thats, Shadow der Zukunft Na, das heute und eventuell morgen auch nicht kommen wird Es ist aber nicht passiert oder so Deswegen spiele ich immer mal PirateCraft Und wer nicht weiß, was es ist, ich weiß es auch nicht Ich habe es mal ganz kurz gespielt, aber irgendwie raffe ich das noch nicht so ganz Aber wir probieren es einfach mal aus Jetzt müssen wir ja kurz warten Ich habe jetzt einfach mal Team Rot Bin hier mal einfach beigetreten Und, ne, was kann man hier im Shop kaufen? Mülleimer, einmalige Kids und dauerhafte Kids Super, brauche ich nicht, wir spielen ohne Kids Weil da gibt es irgendwie so ein Ding, wo immer random Items rauskommen Dann kann man hier was rausbasteln Aber ich weiß nicht genau, wann das Ziel erreicht ist Weil als ich mal gestorben bin, bin ich irgendwie wieder gespawnt Das heißt irgendwie, oder vielleicht auch jeder drei Leben, keine Ahnung Ich freue mich jetzt aber, wie viele Leute da mitspielen werden Aber da ist schon ganz dahinter, wir spielen abhauen hier, ist ja schlimm So, Benny 5002 ist auch beigetreten, kenne ich nicht Aber ist mir egal So, in fünf Sekunden geht's los Mal gucken, was uns alles so genau erwartet So, wir spawnen alle auf unserem Schiff Da hinten ist das gegnerische Ne, warte, da hinten ist das gegnerische Schiff Da hat man sie gerade schon gesehen Das müssen wir jetzt erstören Ich weiß aber nicht, weil hier ist irgendwie nur ein normaler Wärter Heißt es hier Und ich weiß nicht genau, was das Ziel ist Aber wir bauen uns einfach mal drauf los Und das Lustige ist ja auch Weil, dann mache ich es auch diesmal jetzt Einfach mal, warte, hier ein bisschen Holz wegnehmen Ein bisschen Holz klauen So, einmal Einmal, das reicht eigentlich auch schon Weil ich finde es lustig, dass man seine eigene Schrift kaputt Man kann, aber auch ziemlich gut Wir sehen jetzt die Moden Alle, die in blauen Schriftzug haben Die sind böse Kann man mal so ungefähr sagen So, jetzt sind wir hier so ein bisschen Crafting-Tables Man denkt nicht, ich kenne mich damit voll aus Aber gut, das ist ja auch nicht allzu schwer So ein bisschen ein Boot Und müssen dann gleich Das heißt, müssen wir sollten Auf jeden Fall dann gleich noch Vielleicht eine Lederrüstung anziehen Weil die gibt es nämlich auch Die kommen nicht hier immer random raus Aber jetzt hat das kaputt gemacht Das ist mich verarschen Na super, das hast du toll gemacht Ja, danke Mann Weißt du Ich spiele wieder mit Spezialisten Wobei ich vielleicht mal ganz ruhig sein soll Mein, da tut es zum Beispiel was rein, glaube ich Ja, ein Wertpapier brauche ich aber nicht Was hier drin, nix Guck mal, hier ist Gold Das tue ich einfach auch mal alles hier rein Wir sind ja hier, wir sind ja hier nicht Assi oder so Ich weiß aber nicht, wie man jetzt hier Kanonen laden kann Ich weiß aber, dass das Boot irgendwann anbrennen kann Wenn du da Feuerpfeiler reinmachst Aber ich weiß nicht, wie man die bekommt Ne, das ist halt immer so ein bisschen komisch Äh, guck mal, ich meine Gold Ja, da kann es Ein Gold, schön, machen wir einfach mal Würde ich sagen So haben wir ihn, glaube ich, der Menü Da müssen wir ganz nach hinten laufen Egal, machen wir mal kurz So, weil, irgendwann der Feuer ist Zum Beispiel schon, glaube ich, hier Was packt ihr denn hier rein? Gar nix Herzlichen Glückwunsch Da spiel ich mit Spezialisten, ne Ich glaub, die spiel ich alles zum ersten Mal Ach ja, schön Egal Ich verlasse ein Spiel So, wenn wir einmal mal Äh, Goldschwert Gucken wir mal hier Ähm Jetzt will ich gerade Wie viel sind eigentlich drauf? Achso, toll Ähm Erinnern Sie uns an die anderen Wie meine Zeitfeuerfälle genau kommt Guck mal, hier, ganz viel Stuff hatte da irgendwie schon reingetan Natürlich nicht Und dann falle ich mich auch, was man über den Bricks machen möchte Das ist mir irgendwie noch nicht ganz so klar Ähm, ne? Weiß ich ja nicht So, wir können ja manchmal ein bisschen das Bude erkunden Was sind die hier drin? Schwerter Ach, guck mal, Bögen und Pfeile Hi Duplone für Bogen Duplone für Bogen und Stärke Duplone für Bogen und Stärke Duplone für Bogen und Stärke und Schlag Ah ja, nee, duplone schon Meine Rüstung gibt's Ja, ja, interessant Tränke gibt's auch TNT-Hebel und Wasser Essen haben wir hier Blöcke Ja, das braucht man nicht ab Spitzhacken Ah, äxte Sporn-Eier, was kommt der Silberfisch Ich hab ne Idee Ich brauch ein Wertpapier Nein, das ist schon genommen Egal Oh Oh, hier, kommt viel Was kommen damit, ich kann nur ich habe eine idee ich habe eine idee ich werde schon wieder alles kaputt machen jetzt aber egal da es brennt es brennt hammergeil wenn die sich kaputt machen dann brennt der schiff ab die sehr geil ich finde auch den spielmodus ziemlich lustig ich weiß nicht ich kenne zwar nicht so ganz aber er ist auf jeden fall ziemlich lustig glaube ich das kann man sich hier mal bögen und pfeile hallo bögen und pfeile genau hier so es kann nämlich hier ein unendlich bogen aus dem und ein pfeil das heißt wir können es auch ab sofort ballern und wir nehmen jemand gleichen silberfisch denn die fressen holz glaube ich zumindest sei es bis die gerüchte hoffen den brennt alles wie heißt das denn jetzt noch ein bisschen gold ich tue es mal in die kiste rein ich bin ja kein aner so das brauche ich sowieso nicht das besser wenn ich das mit anderen leuten nein jetzt warte ach verdammt wie komme ich jetzt komme ich nicht hoch oder was deine brennt schon hat sich ein glückwunsch okay ok es kann noch hier oben brennt verdammt feuer wenn man so ich glaube bis folge löscht oder nicht sicher hat ja wir müssen es noch löschen geil sei es ja aber hier ist ein schade entstanden egal ich brauche so sind da keine umkugeln bitte 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 schade wir ballern einfach mal so drauf hier ein ist doch ich sehe leider kein da ist einer von uns ich fast abgeballert werden gleich nicht so gut weißt du was wir wir mal einmal so möchte nach oben das ist aber bei einem wissen haben wir haben wir freischuss hält auf mich weil ich immer mal durch das abgebrannte loch hier durch oder würde ich mal sagen ja so und aussteigen der boden ist kaputt brauchen aber auch nicht mehr aber was vielleicht gebraucht hätten sind blöcke dann mal eben ab für mich weil ich verstecke ist noch mal drunter komm ich hab sogar jeden block schön dann machen wir mal so bis ein der vollkammer ruhig löschen und gucken mal wie weit wir kommen ich hoffe mal sehr weit jetzt kann man ja auch hier mal den silberfisch ich brenne ich brenne ich brenne ich muss hier runter aber so als silberfisch brennt auch und ist jetzt hier unten nein er kann schwimmen verdammt ich muss mich irgendwo ich muss ihn töten na super der toll funktioniert warte mal ich frage mich gerade nur wo die anderen sind das spielprinzip leuchtet mir da ist einer so die haben wir mal gekillt dumbledore ok warum ist das noch ein blauer so und gleich nochmal kommt der spawn ist eben schon wieder oh alter was war das denn verdammt aber jetzt bin ich gesteuert weiß nicht warum weil ich ich lebe ja nur ein besonderes spiel von mich vorbei sein oder das ist mir ein bisschen komisch aber das spiel ist auf jeden fall ziemlich geil finde ich das ist eine kanonkugel dabei für jede menge anderer scheiß wenn man es braucht ich frage mich mal eben das probiere ich mal eben aus kann man selber fisch auch werfen lassen ich finde es ein bisschen komisch weil sie greifen ja dann mich ein bei ne versteht er doch hoffentlich achso so ich weiß nicht was ich sagen sollte ich frage mich wo die anderen sind aber ist mir egal denn jetzt wird nämlich der hierboot zerfressen ja toll ist der da unten was bringt mir das denn das bringt mir doch gar nichts oder bin ich grad dämlich weiß aber auch nicht warum wir gewonnen haben ich habe nicht einen schlag gehört na egal unser boot brennt immerhin nicht Alter der boot ist Alter das ganze holz ist da vorne weg voll krass die löschen das auch nicht ne das ist egal so eben das halbe boot abbrennen so hier ist noch eine dublone ja ja brauchen wir aber alles nicht die frage ist macht mich so weil irgendwie ich weiß nicht es gibt ja noch einen anderen modus da schießt so mit tnt den fand ich irgendwie geiler ich weiß ja doch nicht was wir machen sollen wir können ja eigentlich mal was sag ich das hier achso ok verstehe ich nicht ist in der kiss eigentlich was drin nö ist in der kiss hast du das ist ein muttenblock guck mal ein ofen der brennt unendlich lang ach das sollte eigentlich so ein kletterschrank sein ja hm ich weiß nicht was machen wir jetzt noch oh ja da vorhin war doch keiner oder aber ich glaub team blau ja ja finde ich schön ja das ist ein team rot oh ich verlasse das spiel oh da ist einer da ist einer aus team blau oh den müssen wir mal eben hier ne ist der bescheid sagt hier gold wir brauchen 2 gold wir brauchen noch holz jetzt noch ein bisschen gold 3 gold ist mir egal so weiter wir brauchen unbedingt holz unbedingt brauchen wir holz so jetzt müssen wir ganz schön mal ein schwert machen wir müssen ihn nicht unbedingt abwehren aber wenn der auf unserem schiff ist haben wir echt ein problem so Stöcke Schwert so wo ist der denn wo ist der denn ne und ich hatte das spiel verstanden bin ich eigentlich der einzige ist jetzt mit dem hier oder was wo ist der denn ich weiß es nicht oder hat er auch das spiel verlassen oder ist hier unten immer mehr ich könnte aber wetten dass der hinten ist oder da können wir nicht ausklappen ja wäre eigentlich besser aber dann kommen die nicht so gleich hoch na gut man kann sich mit ein klappen aber äh ne ist der bescheid jetzt frage ich mich aber trotzdem wer hier noch im rennen ist ich glaube ich schwimmen einfach mal eben rüber ich weiß zwar nicht warum aber wir machen es einfach mal der ist eben auch nicht oder nö ok dann gehen wir einfach mal rüber das halbe schiff in den brennt war ein bisschen untergehen aber naja gut und der kiste ist nicht hab ich schon letzten äh das letzte mal geschaut hab ich aber nicht aufgenommen hm so ist er da oben ist er hab ich grad mich schon gesehen oder ne leider nicht geil aber was was bringt uns das denn jetzt ich meine wir spielen das ding schon seit 13 minuten hier sehe ich aber ich verstehe trotzdem nicht was das bringen soll also das halbe schiff von dem brennt oh alter was will man denn ähm ich bin krankmann ich muss hier vorbeifahren alter das ist voll gefährlich hier ne du kommst hier nicht mehr rein weil ich es hier auch arg bringe ich muss auf der anderen Seite rein da brennt es noch nicht so arg da kann man immer noch laufen ach guck mal wollte er das löschen ha so ein idiot ach guck mal hat er hier zugebaut oder was ist mir egal was denn da unten ofen toll brauch hier irgendwas verdammt muss hier irgendwie rein hier ist ein Ziegelstern was ist hier mein Gott ey auch ein Ziegelstern ich komm hier nicht rein muss da hinten irgendwie rein aber da das ist ein bisschen blöd oh ich brenne wo ok ich bin gleich tot mit dem scheiß feuer nein verdammt Alter ich muss hier schönes Wasser da bin ich irgendwie nicht safe wo oh ok so ja toll und jetzt jetzt bin ich wieder da unten was bringt mir das denn ok verstehe ich nicht aber ich würde sagen das war es ich weiß gar nicht dass es mir ein bisschen fail geworden ist ne so wie alles irgendwie bei mir hm irgendwie dachte ich das wäre cool das war auch in der letzten Folge wie das war in der letzten Folge da wo ich es gespielt habe war es eigentlich auch ziemlich geil aber jetzt ist es irgendwie ein bisschen lahm ja ihr könnt ja mal schreiben falls ihr irgendwie was dazu wisst ansonsten würde ich sagen war das ein bisschen die Ersatzfolge für SimCity ging ja auch jetzt 15 Minuten also das ist ja ok auch wenn das Spiel jetzt vielleicht wir können auch kurz gucken was da oben eigentlich ist weil hier ist ja warte mal wenn ich hier vielleicht naja naja das mir weg machst so es geht nicht weg ah da muss ich hier komm ich dann in einem schlausten hoch muss ich zauern das mal weg machen kann ich auch nicht weg machen toll dann geht das wahrscheinlich einfach nicht weil ich würde mal wissen ob ich den Block hier wegballern kann egal auf jeden Fall ähm würde ich sagen war es das jetzt ein bisschen als Ersatzding und sozusagen sie müssen einfach wieder ein bisschen sich hier oder einfach dann morgen in der weiteren Ersatzfolge bis dann haut rein macht's gut tschüss tschüss tschüss